Antikörper. Im Moment der Test, der in aller Munde ist. Die wenigsten wissen, worum es wirklich geht. Ein Antikörper ist ein im Blut, konkret im Serum, befindlicher Nachweis, dass eine Infektion im Körper stattgefunden hat. Dieser kann in unterschiedlicher Ausprägung sensitiv und unspezifisch sein. Das heißt, wir können manchmal ganz, ganz konkret sagen, das war diese und jene Infektion, die dieser und jener Mensch sicher durchgemacht hat. Im Moment ist ein Großteil der durchgeführten Untersuchungen leider noch a zu unspezifisch und b zu unsensitiv. Das heißt, wir können noch keine konkreten Aussagen treffen. Coronaviren sind nicht neu, das Covid-19 ist eine neue Entscheidung, aber Coronavirus-Infektionen gab es schon in der Vergangenheit. Das heißt, Leute, die jetzt positiv auf Antikörper getestet werden, können auch andere Virus-Infektionen durchgemacht haben. Das hängt sehr, sehr stark mit der Engmaschigkeit der Tests zusammen. Das heißt, wie sensitiv und wie spezifisch ist der Test. Das gilt es zu verstehen, bevor auch hier wieder, wie in der Vergangenheit so oft, Zahlen durcheinander gewürfelt werden und das Verständnis, sagen wir mal, ein wenig abnimmt, aber dafür immer mehr darüber gesprochen wird. Der Antikörpertest ist generell eigentlich ein sehr, sehr spannender, weil er eine relevante Aussage uns liefern kann über eine bereits durchgemachte Infektion. Wir gehen aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten davon aus, dass ein relevanter Anteil an Leuten eine Infektion durchmacht, ohne Symptome zu zeigen. Das ist besonders wichtig für die sogenannte Herdenimmunität. Das ist besonders wichtig, um eine kollektive Immunität herzustellen. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wie viele Leute hatten eine Erkrankung schon und wie viele, welcher Prozentsatz an Menschen könnte deswegen schon immun sein. Deswegen ist eine Antikörpertestung extrem relevant. Ich begrüße Vorgehensweisen, wie sie von dem Virologen Prof. Schräg im Endeffekt proklamiert werden, dass wir ganze Landstriche testen, ganze Kohorten testen und zwar unabhängig davon, welche Symptome sie gezeigt haben könnten, unabhängig davon, zu welcher Risikogruppe oder nicht Risikogruppe sie gehören, sondern dass wir im Endeffekt eine flächendeckende Testung durchführen. bedürfen